Hallo Leute und willkommen zu einem Video. Schon wieder. Ich gammel gerade auf der Couch. Ich habe gerade schon zwei Videos abgedreht. Jetzt kommt wieder das nächste. Wir fahren gleich zu einer Hängeseilbrücke. Und da nehme ich euch einfach mal mit. Ich mache gerade Essen für Gladi, weil er von der Arbeit gekommen ist. Ich sehe voll fett aus. Boah Schatz, warum habe ich so ein rundes Gesicht? Ich sehe voll brutal dick aus. Ja, auf jeden Fall fahren wir nach Geierlei, glaube ich, heißt das, zu der Hängeseilbrücke. Und ich hoffe, es wird cool. Und ich hoffe, es regnet nicht. Und ich bin abends noch Saiso mal geschminkt. Ja, ich nehme euch auf jeden Fall mit. Und wir nehmen euch auf jeden Fall mit und hoffen, dass es da irgendwelche coolen Aufnahmen gibt. Da braucht mein Portemonnaie nicht dabei. Und ich nehme euch auf jeden Fall mit. Ich nehme euch auf jeden Fall mit. Ich nehme euch auf jeden Fall mit. Oh, Haare. Warum sehe ich immer strubbelig aus? Na, strubbelig bis jetzt hier. Was bist du? Leute, da hinten ist ein ganz fettes Schild mit Erotik. Sieht man das? Die Leute, die sagt, das ist kein Blick wert und ich sage, das wäre mal ein Blick wert. Stimmt mal ab. Ich finde, das sollte man sich mal angucken. Voll sinnlos. Nein, das sollte man sich mal angucken, was das ist. Erotik. Nee. Oh, Mustern. Hässlich. Hast du Hunger? Nee. Ich hab keine Lust mehr. Ich hasse links abbiegen. Oh, wir fahren krass. Oh. Zeigen krass. Wir fahren richtig krass. Du wirst gar nicht, was hier für Straßen sind. Rote Auto, Vorsicht, weiße Auto auch. Vorsicht. Wir fahren krass. Oh, Steine fallen, Steine fallen. Vorsicht. Oh. Ich höre, ich fühle mich gerade, als würde ich auf dem Weg nach Hessen sein. Zu Alina. Bei Alina sieht es auch so aus. Na, guck mal. Guck dir das mal an. Guck auf die Straße. Ich guck auf die Straße. Ich hab gesagt, guck dir das mal an. Ich kann sehen. Ja. Und ich muss wieder fahren. Jedes Mal, wenn wir irgendwo hinfahren, Leute, muss ich fahren. Kannst du mal Fortsüchtiger fahren? Hier, bitte. Ich gefälle. Ich gefälle dir auch. Okay. 23 Minuten. Ich katsche nicht, weil mein Porto tut weh. Vergiss nicht, dass du später noch zurückfahren musst. Ja, weil irgendwer ja wieder mal seinen Führerschein nicht dabei hat. Ich hab doch vorhin gesagt, ich hab mein Portemonnaie vergessen. Ich hab's direkt gesagt, als wir rausgegangen sind. Du hättest ja sagen können, oh, Schatz, kannst du das bitte holen? Ja, wusste ich, dass wir so scheiße fahren müssen? Schatz, du hast gesagt, das ist auf irgendeinem Berg. Nein, hab ich nicht. Schatz. Was? Du hast gesagt, dass wir irgendwo holen. Ja, ich bin auch grad irgendwo. Ich weiß gar nicht, wohin in meinem Leben gerade. In 500 Meter rechts. Ja, hey, der sagt dir wohin. Ich guck mal da links. Oh mein Gott, das ist hier wunderschön. Oh, Holland. Ich wollte grad sagen, was geht mir jetzt ab? Schatz. Fahr anständig bitte. Ja, Mann, ich finde das auch alles so interessant hier. Ich will auch gucken. Nein. Ich muss morgen arbeiten und ich muss heute streamen. Folg mir auf Twitch, dann doch so in der Schicht TV. Danke. Ey, wir sind grad angekommen und das erste, was der Herr macht, ist sein Auto putzen. Ist das dein Ernst? Hast du nichts besseres zu tun? Jetzt bade nicht. Nein. Ich brauche eine Papiertonne. Ach, schau. Hier ist einfach weit und breit gar nichts. Außer Kühe. Und Kühe. Wir sind hier. Ich muss das doch alles hier festhalten. Hier sind Eisbrücke. Komm schon gegangen. Mein Kopf geht. Das ist nicht mein Problem. Ich habe schon ein bisschen Angst durch. Er guckt 2015 sogar. Wackelt das? Schuss. Wenn du gehst, die ganze Brücke wackelt wegen dir. Ich habe Angst, weil das wackelt. Darum geht es nicht. Aber wenn du gehst, wackelt das ganze Ding. Also bei mir wackelt gar nichts. Oh je leid. Kannst du auf mich fahren. Ich bin jetzt nicht hingefahren, um hier 7 Meter zu laufen. Vielleicht kannst du das Handy wegstecken. Sonst fällt das nämlich runter. Wir sind jetzt hier auf der Brücke. Die Brücke ist lang. Klasse. Da geht es runter. Ja, dann würde man vielleicht nicht direkt sterben, wenn man runter fällt. Ich bin schon nass. Warte mal. Warte mal. Ja. 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 Ich bin ja gerade. Ich bin ja gerade. Oh Gott. Warte, bleib mal stehen. Warum? Ich filme dich. Guck mal runter und so. Oh. Nein. Los gehts. Ich bin hier in die Pfanne. Oh. Oh, das war die Ziele. Schatz, ich möchte die Ziele machen. Geh doch jetzt. Ja, machst du die Ziele? Ja. Das war lustig von mir, ne? Das war richtig dumm von dir. Ja, das war richtig dumm von dir. Ja, flex. Warum war das dumm? Weiß ich nicht. Schatz, dein ganzes Po ist dreckig. Der ist doch immer in den Wissen gehabt. Das sind Menschen, die machen so krass. Warte mal. Warte mal. Das geht nicht, das ist zu nah. Ja, dann halt die weiter weg und die Arme weiter runter. Ja, okay. Warte mal. Warte mal. Wie der sich die ganze Zeit beschweren lässt. Ja. Du. Warum? So kalt, so kalt. Super kalt. Wir sind auf jeden Fall jetzt auf dem Weg zum Auto. und haben bestimmt jetzt noch ungefähr einen Kilometer zum Laufen. Dann müssen wir zwei Stunden nach Hause fahren. Wie schreckt. Wie schreckt. Wie schreckt. Ich kann nicht mehr. Ich krieg keine Luft mehr, ehrlich nicht, ich krieg echt keine Luft mehr und er kann scheinbar nicht mehr. Lustig war es aber auf jeden Fall. Kommst du hier schneller, guck mal wie weit ich schon vorne bin. Auf jeden Fall melden wir uns entweder noch mal auf dem Weg nach Hause oder nach Hause. Oder aber wenn wir zu Hause sind, ne? Das hat noch ein wenig auf meinen Kopf. Das war's. 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 Wir glauben da hinten brennt es. Sieht zumindest auf jeden Fall so aus. It's more easy when I'm flying high with you, with you, with you. I am dreaming about you every night. Like we are flying high in satellites. Don't want to stop unless I'm waking up with you, with you, with you. Everything's better than me. Everything's better than me.